Jo, ein schönen guten Tag! Hier ist wieder Mini-Graph von Nessie. So, ich hol mal ein bisschen Material von unten im Kalender oben. Ach, dann ist das denn ein Fenkelreich. Wo kommst du denn her? Ich muss dann mal zurückgehen. Ah, was wählst du? Wo bist du? Wo bist du, Monster? Nirgendswo. Bestimmt hinter die Wand. Ach, da ist das leer. Äh, was wollte ich denn noch mal? Eisen, Eisen, Eisen wollte ich. Ne, jetzt auch noch kein Eisen. Eisen, Eisen... Da ist Eisen. Wie viele sind das? Sieben Stück. Sieben Eisen. Hier, jetzt geht's wieder nach oben. Ne, da ist nichts. Gut, jetzt geht's wieder nach oben. Und, ja, ich will jetzt bestimmt eine... äh... ne, bestimmt... Nein, ich will eine Rüstung bauen. Deswegen habe ich noch Eisen besorgt. Ich hoffe, das reicht alles. So. Okay, 17 habe ich. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten, bis die Rest... Rest... alles... ...habert. Und wie viel sind da noch? Zwei... Ja, ja, ja. Mal schauen. Wie geht alles noch mal ein Töer. Rüstung habe ich kurz zu Ende gebaut. Äh, ja, noch vier Steine muss ich noch machen. Und dann bin ich fertig. Jo, mal gucken. Jo, mal schauen, wie geht alles noch mal? genau dann will ich bestimmt noch mal in den Hegel noch mal rein und mal gucken was ich nicht alles finden tue noch da unten aber erst mal weg in der Rüstung kaufen und die ist sehr wichtig ohne Rüstung gehe ich nicht mehr in den Keller ist mir zu gefährlich ja okay jetzt habe ich 24 jetzt geht's los mal gucken so 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 erst mal ein Helmchen ne Helmchen habe ich schon ne Helmchen habe ich schon ne ach das ist die Hose die Hose die Hose das wollte ich jetzt nicht ein Eisenblock das will ich noch nicht ah jetzt habe ich das so jetzt brauche ich noch die Füße mit Beine genau zack oh das Eisen hat gerade erreicht wow genau so jetzt gehen wir zur Seite genau erst mal den Helmchen auf dann meine Füße genau dann meine und jetzt die Füße jo juhu jetzt bin ich komplett hier okay äh äh was wollte ich denn noch machen ich wollte doch irgendetwas achja ich brauch noch mal Fackel genau Fackel und das war's genau ich brauch doch die ganzen hä ok doch nicht so ich wollte auch irgendetwas gucken genau äh ja ja gut ok was war denn das dann Gengoräus schon wieder ne die hören doch nicht zusammen ich habe gedacht die hören zusammen aber das eins eines ist Buchung eins ist genau 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 jo ok Sand 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 kommt da rein Erde meine ich Erde ne sie sind Steine so jetzt wieder zurück ne doch nicht zurück oder wollte doch irgendwas irgendwas wollte ich noch achja eine Spitzhacke brauch ich ja nochmal stimmt ja so so äh äh brauche ich nicht Flaggen Fackel war doch irgendwie stimmt's ne 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 Schippe ach ne AX ne AX Mensch stimmt ja ne AX brauche ich ja auch noch aber ich habe eine Stahlachse eigentlich aber ich habe eine Stahlachse eigentlich ist egal ja jetzt brauche ich die Kohle genau richtig das war doch irgendwas irgendwas wollte ich noch 20 Flaggen habe ich erstmal genau Fackel so was wollte ich denn jetzt machen ne irgendwas wollte ich jetzt machen ich wollte irgendwas machen ich weiß noch nicht was ist egal ab in die ja die Kohle wollte ich wegpacken ist mir lieber die Schippe da Kohle nehme ich erstmal weg Mann die ist sehr sehr schwer viel zu kriegen irgendwann mal wieder da muss ich erstmal alles wegpacken das ist Erde und das ist Holz das ist Granit Granit auch da rein das brauche ich irgendwann mal genau gut ok und jetzt gehts ab in die äh was wollte ich denn hier komm komm ich stimmt ja ich muss alles noch wegpacken die verdammte Ehre ja so ist ich noch irgendwas ja erstmal hier noch bisschen ausleuchten genau das wollte ich noch ausleuchten hier noch ein bisschen bisschen mehr richtig ich will nicht wenn die nochmal wie ich da kommen tun genau das wollte ich noch richtig das hier alles noch ausbauen genau genau so da noch da noch da noch eins da noch eins da noch eins da noch mit der Ecke noch eins ja ok das wars oder da noch da noch da noch da noch jetzt meine kohle wo geht jetzt meine kohle jetzt im bucket ne auch nicht ja das hier hier jetzt guck noch wissen genau das wollte ich noch ich hab die erstmal alle verbaut so zuck ah 36 wieder aha da 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 tiefer hä genau so habe ich jetzt alles was willst du es wird noch weiter ausleuchten ja da klappe mein Gott ja 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 noch ein bisschen alles ausleuchten so so das das es regnet ach ja das wollte ich noch ja ausleuchten richtig genau so erst mal alles hier sammeln richtig 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 jetzt muss ich jetzt mal alles zuck 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 okay dann wird erstmal gesandt und jetzt die samen wieder rein und dann wird brot gemacht ups blub 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 ey die fackel leuchtet ja taug mh 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 wieder alles einbepflanzen genau das muss ich doch machen so oh oh ruch ja ja mal gucken zack 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 so jetzt noch die andere Seite ups genau zack 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 Das war's. Waaah, endlich schnell wieder rein in die Hütte. Joa, mir ist kult. Jutiii. So, ich mach erstmal wieder Schluss. Jetzt ist gleich wieder zu Ende, wie zu sehen tue. Okay, dann backe ich erstmal ein bisschen Brot. Äh, nee. Ja. Brot backen. Und dann sag ich erstmal ciao, ciao. Gib meinem Daumen hoch und einen Daumen runter.